Pierce Gavestone I. Earl of Cornwall war ein aus Frankreich stammender Adliger. Er war der Favorit und möglicherweise ein Geliebter von König Eduard II. von England. Herkunft Pierce Gavestone stammte aus der damals zu England gehörenden Gascogne. Er war ein jüngerer Sohn des Ritters Arnaud de Gabesten, der dem englischen König Eduard I. in vielen Feldzügen als Soldat gedient hatte und von Clara Munde de Masan. Angeblich war er etwa gleich alt wie der 1284 geborene Prinz Eduard, da er jedoch bereits 1297 am Feldzug nach Flandern teilnahm. Wurde er vermutlich bereits um 1280 geboren. Aufstieg im Gefolge des Thronfolgers 1297 diente Gavestone in der englischen Armee in Flandern, anschließend diente er am englischen Königshof. 1300 nahm er wie sein Vater und sein älterer Bruder Arnaud Guillaume de Masan am Feldzug von König Eduard I. gegen Schottland teil. Gegen Ende des Jahres gehörte er zum Hofstaat des Thronfolgers Eduard. Nach einer zeitgenössischen Chronik war König Eduard I. von Gavestones höfischen Manieren beeindruckt und nach einer anderen Chronik war er elegant, scharfsinnig und kultiviert, aber auch militärisch befähigt. Gavestone könnte vom König selbst beauftragt worden sein, um dem Thronfolger als Vorbild zu dienen. Gavestone gewann rasch die Gunst des Thronfolgers und wurde ein enger Freund von ihm. Die Nähe zu dem Prinzen brachte Gavestone viele Vorteile, war aber auch ein Risiko. Als dieser beispielsweise im Juni 1305 nach einem Streit mit dem Treasurer Walter Lenken vom Hof verbannt wurde, Gavestone und der junge Gibad de Clare wurden selbst zeitweise vom Hofstaat des Prinzen verbannt. Erst im Oktober 1305 versöhnte sich der König wieder mit seinem Sohn. Und im folgenden Frühjahr wurde der Thronfolger vor einem weiteren Feldzug nach Schottland zum Ritter geschlagen. Vier Tage später wurde auch Gavestone am 26. Mai 1306 zusammen mit zahlreichen weiteren jungen Männern zum Ritter geschlagen. Anstatt nun jedoch am Feldzug gegen Schottland teilzunehmen, reisten die jungen Ritter nach Frankreich und nahmen dort an einem Turnier teil. Der König befahl zunächst, die Deserteure zu verhaften und ihre Besitzungen zu beschlagnahmen. Im Januar 1307 wurden sie auf Fürsprache von Königin Margarete begnadigt. Dennoch wurde Gavestone kurz darauf am 26. Februar 1307 erstmals in Exil geschickt, vermutlich, weil der König die zu enge Beziehung zwischen ihm und dem Thronfolger missbilligte. Gavestone musste England vor dem 30. April verlassen haben, doch vermutlich galt die Verbannung mehr als Strafe für den Thronfolger als für Gavestone. Denn Gavestone erhielt während seiner Verbannung in der Gaskon eine beträchtliche jährliche Pension in Höhe von 100 Mark. Favorit des jungen Königs, den zeitgenössischen Chroniken nach war das Verhältnis des Prinz of Wales zu Gavestone unmäßig, ausschweifend und unermesslich. Und es wurde im Allgemeinen angenommen, dass die beiden eine homosexuelle Beziehung hatten. Dies gilt heute als umstritten, es wird auch die These vertreten, dass die Beziehung nicht sexuell geprägt, sondern eher eine enge brüderliche Beziehung war. Nach den erhaltenen Dokumenten sind beide Schlussfolgerungen möglich. Tatsache war zweifellos, dass der junge Thronfolger Anfang 1307 Gavestone gegenüber enger verbunden war als jeder anderen Person. Diese enge Bindung hatte für beide Partner und für das ganze Reich weitreichende Folgen, fast unmittelbar nach dem Tod von König Eduard I. Im Juli 1307 hob sein Sohn und Nachfolger die Verbannung seines Freundes auf. Gavestone wurde am 6. August 1307 zum Earl of Cornwall erhoben, ein Titel, der zuletzt königlichen Prinzen vorbehalten war, und erhielt fast den gesamten Besitz des 1300 verstorbenen Edmund des letzten Earls of Cornwall. Die Ernennungsurkunde könnte eventuell erst später geschrieben und dann vordatiert worden sein, denn sie trägt das kombinierte Wappen von Gavestone und seiner späteren Frau Margaret de Clare, die er erst am 1. November 1307 heiratete. Die Urkunde wurde von sieben der elf damaligen englischen Earls bezeugt, ein Zeichen dafür, dass diese Magnaten zunächst mit der Erhebung von Gavestone einverstanden waren. Gegen den raschen Aufstieg und die Heirat des königlichen Favoriten mit einer Nichte des Königs die der mächtigen Familie Clare angehörte, regte sich jedoch zunehmend Widerstand unter den englischen Baronen. Dazu soll ein Turnier mit beigetragen haben, bei dem Gavestone mit seinem Gefolge am 2. Dezember 1307 die Earls of Aarundel, Hierfort und Warene besiegte. Zumindest Warene verübelte Gavestone seinen Sieg und begründete so seine Feindschaft gegenüber Gavestone. Bevor der König zu seiner Hochzeit mit der französischen Prinzessin Isabella nach Frankreich reiste, ernannte er Gavestone am 26. Dezember 1307 zum Regenten für England. Obwohl Gavestone dieses Amt nicht missbrauchte, verübelten viele Zeitgenossen diesen Akt der königlichen Bevorzugung gegenüber den anderen Magnaten. Während der Krönung von Eduard und Isabella am 25. Februar 1308 spielte Gavestone eine hervorgehobene Rolle. Er folgte unmittelbar dem König und durfte die Edwards-Krone tragen. Dazu löste er das Körtaner Schwert vom Gürtel und befestigte die Spuren an Eduards schlinken Fuß. Seine prunkvolle Kleidung und sein Verhalten während des folgenden Festbanketts soll die französischen Verwandten der Königin, Karl von Valois und Louis de Vreux so empört und beleidigt haben, dass sie entrüstet das Bankett verließen. Zunehmender Konflikt mit den Baronen Nachdem die Barone bereits im Januar 1308 im Bologna Agreement ihre Unzufriedenheit über die Regierung von König Eduard II. geäußert hatten, kam es im Frühjahr 1308 zum offenen Aufruhr gegen Gavestones Stellung bei Hofe. Ihre Kritik richtete sich weniger gegen seinen politischen Einfluss, sondern vor allem gegen seinen verschwenderischen Lebensstil auf Kosten des Königs und gegen seine Arroganz. Unter Führung des Ältesten der Earls, Henry D. Lacey, III. Earl of Lincoln erschien die Adelsopposition im April 1308 bewaffnet zum Parlament. Die Barone präsentierten dem König drei Artikel mit ihren Forderungen. Darunter verlangten sie die Verbannung von Gavestone, sodass ein Bürgerkrieg drohte. Außer durch die Earls of Lancaster und Richmond und einigen Rittern des Hofstaats, wie dem Älteren der Spencer, hatte Gavestone kaum Unterstützer. Die Adelsopposition dagegen hatte die Unterstützung durch König Philipp IV. von Frankreich, dem Vater der Königin. König Eduard II. musste am 18. Mai deshalb den Forderungen der Barone nachgeben. Gavestone musste bis zum 24. Juni das Reich verlassen haben, und Erzbischof Robert Winchell sei von Canterbury drohte ihm im Falle einer Rückkehr die Exkommunikation an. Trotz der Gegnerschaft der Barone versuchte König Eduard II. schon unmittelbar nach Beginn der Verbannung Gavestones Rückkehr zu ermöglichen. Am 16. Juni ernannte er ihn zum Kings Lieutenant in Ireland, obwohl Richardo G. de Bourg II. Earl of Ulster erst am Vortag dieses Amt erhalten hatte. Im Gegensatz zu de Bourg erhielt Gavestone die Macht, nach belieben königliche Beamte in Irland durch Männer seiner Wahl zu ersetzen. Dazu durfte er die Einnahmen aus wakanten Kirchenbesitz verwenden. Die Verbannung, die ursprünglich von den Magnaten als Demütigung für Gavestone geplant war, wurde nun zur Gelegenheit für ihn, tatsächliche Macht auszuüben. Gavestone übte sein Amt in Irland zurückhaltend aus, sodass es wegen seiner Amtsführung keine Beschwerden gab, sondern unternahm vor allem einen erfolgreichen Feldzug in die Wicklung Mountains. Im Frühjahr 1309 erreichte der König des Gavestones Exil aufgehoben wurde. Bei seiner Rückkehr nach England zeigte er sich gegenüber den anderen Magnaten jedoch weiter arrogant. Er verspottete sie mit beleidigenden Spitznamen wie Thomas of Lancaster als Hitler, Eimer de Valens, 2. Earl of Pembroke als Josef de Aju und Guy de Beauchamp, 10. Earl of Warwick als Black Dog of Arden. Aufgrund der wachsenden Opposition seiner Barone musste der König am 16. März 1310 der Wahl der Lordsordiner zustimmen. Einer Gruppe von Prelaten und Baronen, die ermächtigt waren, zum Wohle des Hofes und des Reiches Reformvorschläge die sogenannten Ordinangs zu erarbeiten. König Eduard II. versuchte, die Folgen dieser Kapitulation zu verringern, indem er von 1310 bis 1311 einen Feldzug gegen Schottland unternahm. Am 1. Oktober 1310 ernannte er Gavestone zum Justice of the Forest North of Trent sowie zum Verwalter von Nottingham Kassel, was in klarem Widerspruch zu den von den Lordsordiner erlassenen Ordinangs stand. Den Winter verbrachte Gavestone in Roxborough, doch bereits im Januar 1311 verfolgte er den schottischen König Robert I. nach Perth. Die Schotten vermieden jedoch eine Schlacht gegen die überlegenen englischen Truppen. Obwohl Gavestone im Juli 1311 zum Kings Lieutenant in Scotland ernannt worden war, verbrachte er den August im nordenglischen Bamberg Kassel, um das Ergebnis der Konfrontation zwischen dem König und den Lordsordiner abzuwarten. Sturz und Tod Der König verlor den Konflikt mit den Lordsordiner und musste einer dritten Verbannung Gavestones zustimmen. Nach Absatz 20 der Ordinangs auf 1311 sollte Gavestone nicht nur aus England, sondern aus allen englischen Besitzungen, also auch aus Irland oder der Gaskon dauerhaft verbannt werden. Unter Androhung der Exkommunikation sollte er vor dem 1. November 1311 von Dover aus England verlassen haben. Aber auch an diese Auflagen hielten sich der König und sein Freund nicht. Vermutlich hatte Gavestone England gar nicht verlassen, denn bereits am 13. Januar 1312 traf er sich in Knarris-Baro-Kassel mit dem König, von wo sie sich nach York begaben. Dieses tollkühne Verhalten ist durch die Geburt von Gavestones Tochter erklärbar, die um diese Zeit in York geboren wurde. Gavestone ließ seine Tochter am 20. Januar in der Franziskanerkirche von York taufen. Nachdem der König bereits am 18. Januar die Rückkehr von Gavestone und seine Wiedereinsetzung in seine Titel und Ämter verkündet hatte. Entsprechend der Verfügungen der Ordinangs wurde Gavestone darauf im März durch Erzbischof Winchell sei exkommuniziert. Die Adelsopposition unter dem Earl of Lancaster stellte ein Heer zusammen, um den König und seinen Günstling festzunehmen. Am 5. April entkamen der König und sein Favorit noch in Newcastle knapp einer Streitmacht unter Lancaster, Henry Percy und Robert D. Clifford, worauf sie sich trennten. Der König kehrte nach York zurück, während Gavestone sich nach Scarborough-Kassel zurückzog. Dort wurde er von Pembroke, Warwick, Percy und Clifford belagert, bis er am 19. Mai Verhandlungen zustimmte. Er war bereit, sich unter der Bedingung nach Scarborough zurückkehren zu können, zu ergeben. Falls es bis zum 1. August nicht zu einer Verständigung zwischen dem König und den Baron kommen würde, Pembroke, Percy und Clifford bürgten für seine Sicherheit. Nach einem ersten Treffen in York wurde Gavestone von Pembroke in Gewahrsam genommen, der ihn nach Süden brachte. Am 9. Juni war er im Pfarrhaus von Deddington in Oxfordshire untergebracht, während Pembroke auf dem Weg zu seinem Gut Bempten war. Am Morgen des nächsten Tages bemächtigte sich Warwick Gavestones und brachte ihn nach Warwick-Kassel. Nach kurzfristigen Beratungen zwischen Warwick, Lancaster und Hierford beschlossen diese Gavestone hinzurichten. Am 19. Juni 1312 brachten sie ihn auf die Straße nach Kennyworth, am Blacklow Hill, der bereits auf dem Grundbesitz von Lancaster lag, wurde Gavestone enthauptet. Sein Leichnam wurde in das Dominikanerkloster von Oxford gebracht, wo er über zwei Jahre aufbewahrt wurde, ehe König Eduard II. Ihn am 2. Januar 1315 im Dominikanerkloster von Kings Langley beisetzen ließ Nachkommen und Nachwirkung. Gavestones Tochter Joan wurde in das Kloster Amesbury gebracht. Sie wurde mit John Moulton, einem Sohn von Thomas D. Moulton, Lord of Agramond, verlobt, starb aber noch vor der Hochzeit 1325. Vermutlich hatte Gavestone mit Amici de Gavestone noch eine zweite uneheliche Tochter, die später Hofdame von Königin Philippa of Haino, der Ehefrau von König Eduard III., wurde. 1338 heiratete sie John Dreeby, einem Höfling im Gefolge des Königs bzw. von dessen Söhnen John of Gaunt und Lionel of Antwerp I., Duke of Clarence, obwohl König Eduard II., nicht sofort gegen die Mörder seines Günstlings vorging, verziehe ihnen nicht. Die Hinrichtung Gavestones belastete dauerhaft das Verhältnis zwischen dem König und seinen führenden Baronen und hatte entscheidenden Einfluss auf. Die weitere Regierung von König Eduard II., Gavestones-Witwe Margaret heiratete 1317 Judi Odley, der zusammen mit Roger de Emery einer der neun königlichen Favoriten wurde. Sie wurden jedoch um 1318 von Juli de Spencer verdrängt, der die Gunst von König Eduard II. gewann, worauf es erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Baronen und dem König kam, die schließlich zur Absetzung und zur Ermordung des Königs führten. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020